Herzlich willkommen bei der Fahrschule Smiley. Wir sind Ihre Fahrschule in Kamp-Lindfort. Gerne bringen wir auch Ihnen das sichere Autofahren bei und begleiten Sie auf dem Weg zum Führerschein. In der Theoriephase lernen Sie bei uns die wichtigen theoretischen Grundstoffe, die Sie für das Autofahren brauchen. Mithilfe eines Fahrsimulators können Sie bereits vor den praktischen Fahrstunden erste Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln. Verschiedene Simulationen bereiten Sie auf Situationen des echten Straßenverkehrs vor. Unsere Fahrlehrer erklären Ihnen in einem modernen Fahrzeug sämtliche Funktionen und wichtige Schritte, die für ein sicheres Autofahren nötig sind. In der Praxisphase führen wir Sie schließlich langsam in verschiedene typische Verkehrssituationen ein. Bei uns ist durch Intensivkurse der Autoführerschein auch in 10 Tagen und der Motorradführerschein in 7 Tagen möglich. Besuchen Sie die Fahrschule Smiley in unserer Filiale in Kamp-Lindfort oder ganz einfach im Internet auf unserer Webseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017